Nun möchte ich einige originelle, jedoch kaum rezipierte Ansätze zur Typologie von Frasimen vorstellen. Es handelt sich dabei um die Theorien folgender Linguisten. Melchuk, Mackay, Fillmore K. O'Connor, Nannberg, Sag, Wasow und De Mauro. Eine wenig beachtete, wenngleich interessante Differenzierung nimmt Igor Melchuk vor. Sein Ausgangspunkt ist die Enkodierung des Äußerungsinhalts. Kann eine Bedeutung auf verschiedene Arten realisiert werden und wählt der Sprecher jedoch statt eines Lexems oder mehrerer Lexeme ein Frasem, so handelt es sich dabei um ein lexikalisches Frasem, dessen lexikalische Bestandteile nicht mehr frei wählbar sind, also lexikalischen Restriktionen unterliegen. Hierzu zählen Idiome, also wenn sich jemand dafür entscheidet, jemanden durch den Kakao ziehen zu sagen oder jemanden auf den Arm nehmen, statt ein Lexem zu wählen, wie zum Beispiel jemanden veräppeln. Entscheidungsfreiheit besteht ebenfalls hinsichtlich des Gebrauchs von Kollokationen, zum Beispiel einer Sache Aufmerksamkeit schenken, statt zum Beispiel sich für etwas interessieren. Auch hier kann der Sprecher entscheiden, ob er eine Kollokation oder eine Kombination aus freien Lexemen verwendet. Idiome, bei Melchuk, Englisch Idioms, Französisch Locution, werden bei diesem Autor als nichtkompositionell Kollokationen, Englisch Collocations bzw. Französisch Kollokationen als kompositionell betrachtet. Neben den Lexikalischen gibt es so dann die semantisch-lexikalischen Phraseme, bei denen die Sprechabsicht nur durch eine bestimmte phraseologische Weise versprachlicht werden kann. Hierbei enthält das Phraseme selbst feste Komponenten, unterliegt also semantisch-lexikalischen Restriktionen. Der hier in Frage kommende Phraseme-Typ ist derjenige, der Klischees, die pragmatisch gebunden sein können. Dann spricht Melchuk von Pragmathemen, Englisch Pragmathems, Französisch Pragmathem, bei uns in etwa Routineformeln, zum Beispiel Gesundheit, Parken verboten, Vorsichtsstufe. Klischees können aber auch pragmatisch ungebunden sein, insbesondere kompositionelle, komplexe Eigennamen, etwa das Neue Testament, Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die ewige Stadt und kompositionelle Sprichwörter, etwa Geld ist nicht alles. Wir werden auf Melchuk noch einmal bei der Feindifferenzierung von Idiomen in einem anderen Tutorial zurückkommen. Eine noch radikalere Einteilung schlägt Mackay vor. Allerdings bezieht sich diese auf das metasprachliche Bewusstsein der Sprecher gegenüber phraseologischen Einheiten. Es geht um den Unterschied zwischen Encoding und Decoding-Idioms. Idioms im weiten angelsächsischen Sinne, also in der Bedeutung von Phrasemen. Dekodierende Phraseme, man könnte auch Rezeptions-Phraseme sagen, sind solche, die selbst ein muttersprachlicher Sprecher nicht verstehen könnte, wenn er sie nicht eigens gelernt hätte. Zum Beispiel to pull a fast one on someone, jemanden übers Ohr hauen, wohingegen encodierende Phraseme oder Produktions-Phraseme ein Muttersprachler auf Anhieb verstehen könnte, auch wenn er sich nicht bewusst ist, dass es sich um eine konventionalisierte, feste Wortverbindung handelt. Zum Beispiel to answer the door, die Tür öffnen, nachdem es geklopft oder geläutet hat. To blow one's nose, sich schnäuzen. Oder wide awake, hellwach, pitchstark, stockdunkel. Vielleicht sind wide awake und pitchstark gute Beispiele, um das Encodierende zu erklären. Man versteht sie problemlos, würde sie aber nicht automatisch, das heißt aufgrund sprachlicher Regeln und Analogien so bilden können und verwenden, wenn man nicht wüsste, dass man genau so sagt und nicht etwa large awake oder tar dark. Man ist sich bei den Produktions- Phrasemen des phraseologischen Charakters also gar nicht bewusst, bei den Rezeptions-Phrasemen hingegen schon. Im Grunde sind auch hier Kompositionalität bzw. Idiomaticität involviert, aber letzten Endes geht es um die Frage des Verstehens und der phraseologischen Bewusstheit. Mehrgliedrige Verbindungen, die nicht verstanden werden können, ohne dass sie separat gelernt oder erklärt wurden, also Decoding Idioms, haben einen anderen kognitiven Status, vor allem was die Memorierung betrifft. Und sind um ein Vielfaches phraseologischer als solche, die auf Anhieb verstanden werden können. Encoding Idioms, von deren Idiosynkrasie der Sprecher aber dennoch keine Ahnung hat. Mit anderen Worten, Phrasiologie und Lexikografie müssen vor allem die unscheinbaren enkodierenden Phraseme aufspüren und beschreiben. Die Dekodierenden stehen längst im Wörterbuch, auch wenn sie dort meist schlecht beschrieben sind. Hierzu passt die zufällige Beobachtung, dass To Answer the Door als phraseologische Verbindung im größten Wörterbuch der englischen Sprache, dem Oxford English Dictionary, nicht beschrieben ist. Es kommt nur in Beispielsätzen vor. Des Weiteren nun die Klassifizierungsversuche von Fillmore K. O'Connor. Erstens, grammatical und extra-chromatical idioms. Diese Unterscheidung bezieht sich auf syntaxkonforme und syntaxnonkonforme Phraseme. Idiome wie To spill the beans oder Kollokationen wie To blow one's nose sind insofern syntaxkonform oder syntaktisch regulär, als sie völlig gängige aktanten Strukturen und konstituenten Abfolgen der englischen Sprache abbilden. Wohingegen first off erst einmal, sight unseen, ungesehen, ungeprüft, all of a sudden, plötzlich, by and large, alles in allem, anomale oder irreguläre syntaktische Strukturen aufweisen. Mit dem Sprachwissen englischer Muttersprachler wären extra-chromatical idioms nicht bildbar oder aus anderen Formen ableitbar. Sie sind hochgradig idiosynkratisch und nicht kompositionell. Zweitens, lexikalisch gefüllte und lexikalisch offene Phraseme, auch substantive und formal idioms oder spezifische und schematische Phraseme genannt. Hierüber wurde bereits im Tutorial zu den Begriffsdefinitionen gesprochen. Die aus den Unterscheidungen in Encoding-Decoding, Grammatical-Extragrammatical und Substantive-Formel-Idioms resultierende Kreuzklassifikation ergibt bei Fillmore, Kaye, O'Connor folgende Phraseme-Typologie. Unfamiliar Pieces, unfamiliarly arranged. Zu deutsch etwa ungewöhnliche Konstituenten, die ungewöhnlich angeordnet sind. Kith and Kin, Kind und Kegel, with might and man, mit aller Macht. Dann, familiar Pieces, unfamiliarly arranged. Also unauffällige Konstituenten, die jedoch ungewöhnlich angeordnet sind. Zum Beispiel all of a sudden, plötzlich, in point of fact, tatsächlich, in Wirklichkeit, second cousin, three times removed, Großcousin, dritten Grades. Hier sind vor allem Encoding-Idioms gemeint, zu denen die Autoren auch Kollokationen des Typs she went, called, stayed home zählen. Die Idiosynkrasie illustrieren sie daran, dass she has home oder she loves home inakzeptabel sein. Da das Substantiv home, wenn es nicht determiniert ist, also ohne Artikel oder Possessivbegleiter zum Beispiel verwendet wird, ein Direktionales oder Lokatives Komplement benötigt, also irgendwo hin oder auf einen fixen Punkt orientiert sein muss. So dann, familiar Pieces, familiarly arranged. Unauffällige Konstituenten, die völlig syntaxkonform angeordnet sind. Um sie zu verstehen, benötigt man semantisch-pragmatisches Zusatzwissen. Hierunter fallen vor allem Idiome, zum Beispiel to hang Taiwan on, im amerikanischen Englisch, für sich betrinken, to tickle the ivories, Klavier spielen, aber auch schicksalsherausfordernde Gesprächsformen, wie now watch me drop it, im Deutschen etwa und jetzt bloß nicht fallen lassen. Und rhetorische Fragen, zum Beispiel, am I invisible? Wörtlich bin ich etwa unsichtbar? Oder when did I say you could do that? Etwa habe ich gesagt, dass du das darfst? Oder tun sollst? Das Interessante ist, dass Fillmore K. O'Connor keine vierte Kategorie erwähnen, die dann unfamiliar Pieces, familiarly arranged heißen müsste. Sie scheint mir doch zu existieren, und zwar bei Frasemen mit unikalen oder sehr seltenen Lexemen, zum Beispiel das Once-Over in to give someone or something a Once-Over, was so viel heißt wie jemanden oder etwas mit einem flüchtigen Blick abchecken. Oder auch das Pitah in to be hoisted by one's own Pitah, was wiedergegeben werden könnte mit für jemanden geht der Schuss nach hinten los. Für das Deutsche könnte man Hehl in kein Hehl aus etwas machen anführen. Diese Verbindungen sind alle syntaxkonform. Dennoch ist zumindest ein unfamiliar piece mit im Spiel. Wahr ist aber auch, dass man sich wohl kaum ein Frasem vorstellen kann, das nur aus seltsamen Lexemen besteht, die syntaxkonform angeordnet sind. So viel lexikalische Merkwürdigkeit bei normaler Syntax hätte wahrscheinlich die Sprecher zu sehr verunsichert, weil eine Ansammlung unikaler oder seltener Elemente in einer unauffälligen Abfolge wenig Überlebenschance gehabt hätte. Als vorletzte Besonderheit nur noch die Klassifizierung von Narnberg-Sagg-Wazow von 1994 in ihrem legendären Artikel Idioms. Die drei amerikanischen Autoren gehen zunächst davon aus, dass Fraseme eine unscharfe Kategorie darstellen und deshalb phraseologische Prototypen anzusetzen sind, die durch Idiome wie »to pull strings«, in etwa seine Beziehung spielen lassen und »to spill the beans«, im deutschen etwa »etwas an die große Glocke hängen«, repräsentiert seien. Weniger prototypisch seien Kollokationen wie »to take advantage of something« und weitere Fraseme wie »industrial revolution«. Dabei spielt das Merkmal der sprecherseitigen Bedeutungsrekonstruktion. Ich ziehe den Ausdruck »semantische Remotivierbarkeit« vor eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grunde werden Idiome in zwei Kategorien aufgeteilt. In gewissermaßen kompositionelle Idiome, die »idiomatically combining expressions« genannt werden, und in sozusagen echte Idiome, »idiomatic phrases«. Wie können Idiome denn kompositionell sein, werden Sie fragen? Zu Recht. Gemeint ist, dass sich nach Meinung der drei Linguisten bei »to spill the beans« die konventionalisierte Bedeutung sozusagen »auslagern« bzw. »verteilen« lässt auf die beiden Konstituenten. »Spill« können mit »divalge« verbreiten, »beans« mit »information« assoziiert werden, bzw. die Autoren sind der Auffassung, dass Sprecher in der Lage sind, diese Metaphorisierung zu leisten und auch ein Bedürfnis dazu haben. Ähnlich argumentiert der Konstruktionschromatiker William Croft, der ebenfalls auf »Nanberg«, sag »waso«, Bezug nimmt. Das Formbedeutungspaar, also die Konstruktion »to spill the beans«, sei die zu analysierende Grundeinheit, und die idiomatischen Bedeutungen der beiden Konstituenten ließen sich aus der Gesamtkonstruktion ableiten. Sie seien darüber hinaus gegenseitig voneinander abhängig. »To spill« kann in dieser Bedeutung nur existieren, wenn »beans« in dieser Bedeutung vorhanden ist, und umgekehrt. Diese semantische Beziehung nennt »Croft collocational dependency«. Von den Idiomatically Combining Expressions abgegrenzt werden nach der Theorie von Nanberg-Sagg-Vosso die Idiomatic Phrases, bei denen den einzelnen Konstituenten keine Begriffe zugeordnet werden können, wie zum Beispiel »to kick the bucket«, »sterben«, genauer gesagt eher »abkratzen«, »to saw logs«, »schnachen« oder »to hit the road«, »abhauen«, »verschinden«. Damit wären Idiomatic Phrases der phraseologische Prototyp schlechthin. Der Grundansatz der drei Autoren ist auf jeden Fall sinnvoll. Übrigens auch für die Fremdsprachendidaktik. Denn es wäre auf jeden Fall überlegenswert, ob man Phrasesme nicht hinsichtlich ihrer semantischen Motivierbarkeit gliedern sollte. Für einen deutschsprachigen Englischlerner bleibt »to saw logs«, »log« ist ein Holzklotz, also »holzklötze sägen«, semantisch, hermetisch und nicht zu dekodieren, also »no way« ist zu verstehen. Bereits mehr Chancen bestehen bei »to pay the piper« für die Kostenaufkommen und »to answer the door«, die Tür öffnen, nachdem es geläutet hat. Fälle wie »to give up the ghost«, »so far so good«, »to have a memory like a sieve« und »we are on the same wavelength« bedürfen keiner weiteren Erläuterung. Hier hätten wir hundertprozentige Motivierbarkeit auf der Basis des Deutschen. Schließlich zu einer spezifisch italienischen Angelegenheit. Den sogenannten »polyrematischen Verbindungen«, auf Italienisch »parole polirematiche« oder einfach »polyrematiche«. Es handelt sich dabei um einen auf den berühmten italienischen Linguisten Tullio de Mauro zurückgehenden Ansatz, der auch im Begriff der »locuciones« bei spanischen Phrasiologen zu finden ist, allerdings dort in weitaus weniger radikaler Weise. Es geht bei den Polyrematiken nicht um eine Phrasemklassifikation an sich, sondern um eine spezielle Art der Bündelung phraseologischer Typen zu einer einzigen lexikalischen Kategorie. Andere Bezeichnungen für diesen Begriff sind übrigens »komplexe Lexeme«, »lessemi komplessi«, »komplexe Wörter«, »parole komplesse«, »syntagmatische Wörter«, »parole syntagmatiche« und höhere lexikalische Einheiten«, »unita lexicali superiori«, woran man erkennen kann, dass diese Theorie in Italien sehr verbreitet sein muss. Dreh- und Angelpunkt der Polyrematike ist ihre theoretische Abgrenzung in zwei Richtungen. Zum einen gegenüber der Morphologie, zum anderen gegenüber der freien Syntax. Das heißt, dass unter dem Etikett der polyrematischen Verbindungen all diejenigen Einheiten zusammengefasst werden, die eine syntaktisch reguläre Struktur aufweisen und gleichzeitig lexikalisiert sind, das heißt strukturell und semantisch verfestigt sind. Bevor ich sage, was alles dazugehört, und da werden Sie staunen, führe ich aus, was nicht dazugehört. Erstens, alles, was morphologische Prozesse abbildet und keine reguläre Syntax aufweist, wird ausgeschlossen. Porta cenere – Aschenbecher Lavastoviglie – Geschirrspüler Sanguisuga – Blutsauger Das sind Komposita, wohingegen nach der Theorie der Polyrematiker, wie in der spanischen Linguistik übrigens, Carta di Credito, Kreditkarte, und Jacka a vento, Windjacke, keine Komposita sind, sondern lexikalisierte Konstruktionen, also polyrematische Verbindungen. Warum? Weil sie syntaxkonform gebildet sind. Nomen plus Präposition plus Nomen. Im Unterschied zu Porta cenere, wo einfach eine Verbform und ein Nomen ohne weiteres Element miteinander verbunden sind. Das ist Morphologie. Die spanische Tarjeta de Credito ist also ebenso wie die Carta di Credito kein Kompositum, sondern beide sind lexikalisierte Konstruktionen, die in Italien polyrematische Verbindungen heißen. In Spanien Locuciones oder Unidades Lexicas. Im Französischen ist Carte de Credito hingegen für die allermeisten Linguisten sehr wohl ein Kompositum, ebenso wie Credit Card und Kreditkarte natürlich. Zweitens. Ebenfalls nicht zu den Polyrematiker gezählt werden nicht feste, also nicht lexikalisierte Syntagmen, die nur die Syntax abbilden. Zum Beispiel Casa di Legno, Holzhaus, Pezzo di Ferro, Eisenteil. Sie sind freie Syntagmen, weil man natürlich auch Casa di Matoni, Backsteinhaus oder Pezzo di Legno, Holzstück sagen könnte. Diese Verbindungen sind nicht lexikalisiert, weder im Sinne einer unverständlichen phraseologischen Komponente noch im Sinne einer verfestigten Einheit, wie zum Beispiel Carta di Credito. Drittens. Kollokationen. Diese gehören ebenfalls nicht zu den Polyrematiker. Sie seien nicht fest genug. Kollokationen wie Bandire und Concorso, einen Wettbewerb ausschreiben, sei nur paradigmatisch gesehen eine Einheit, während die Polyrematiker dies auch in syntagmatischer Hinsicht seien. Zwar bedingen sich Bandire und Concorso praktisch gegenseitig, was die paradigmatische Festigkeit verdeutlicht, jedoch könne zwischen die beiden Lexeme der Kollokation ein anderes Element treten, zum Beispiel Anno Bandito Multiconcorsi, oder es sei eine syntaktische Transformation der gesamten Kollokation möglich, also etwa eine Passivierung, Il concorso è stato bandito. Damit seien Kollokationen syntagmatisch gesehen nicht eng bzw. fest genug und keine polyrematischen Verbindungen. Wenn wir uns nun ansehen, welche Phrassemtypen zu den polyrematischen Verbindungen gezählt werden können, dann wird klar, warum mir das einen Exkurs in diesem Tutorial wert war. Denn es gibt keinen vergleichbaren Ansatz in der Lexikologie anderer Sprachen, der so weit gehen würde. Auch die Locuciones im Spanischen tun das nicht. Verbale Phrasseme, also verbale Idiome, nominale, adjektivische, adverbielle, konjunktionale, präpositionale, pronominale Phrasseme, binäre Phrasseme, Vergleichsphrasseme, Phrasioschablonen, sogar mehrgliedrige Interjektionen und bestimmte Formeln. Das alles können polyrematische Verbindungen sein. Was auffällt, ist, dass zum phraseologischen Charakter dieser Verbindung erstaunlicherweise nichts gesagt wird, obwohl die allermeisten dort subsummierten Einheiten entweder irgendwie idiomatisch oder zumindest idiosynkratisch, also Phrasseme, sind. Ich kann gern ein paar Beispiele geben. Casa Editrice Verlag Carta di Credito Kreditkarte Das sind nominale Phrasseme. Gratta e Vinci Rubbellos Tira e Molla Hin und Her Das sind nominale Phrasseme, genauer gesagt binäre Phrasseme. Bei dem Mauro nicht umkehrbare Binome, so die übersetzte Terminologie. Tirare le Cuoia Sterben Brindere il Toro per le Corna Den Stier bei den Hörnern packen Das sind verbale Phrasseme. Essere come l'araba finice Selten sein wie ein weißer Rabe, ein Vergleichsphrasseme. Sogenannte syntagmatische Verben, das heißt Verb plus Partikel, meist Adverb, oft mit einer kompositionellen und gleichzeitig einer metaphorischen, nicht kompositionellen Bedeutung versehen. Mettere via Weglegen Beiseite stellen Buttare giù Erstens herunterwerfen, zweitens ein Gebäude abreißen Portare avanti Fortführen Volere bene Gern haben Parlare chiaro Deutlich sprechen, außerhalb Italien sind diese Verbindungen übrigens je nach Theorie durchaus als Kollokationen aufzufassen. Su misura Nach maß In bianco Ohne tomatensauce Una bellezza, acqua e sapone Ungeschminkt, natürlich Un prodotto, usa e getta Wegwerf Das sind adjektivische Phrasseme Più o meno A portata di mano In reichweite Giorno per giorno Tag für Tag Porta a porta Tür an Tür Das sind Phrasioschablonen Questo e quello Dies und jenes pronominale Phrasseme Di fronte a Gegenüber von Präpositionale Phrasseme Prima che Bevor Konjunktionale Phrasseme Mamma mia Mensch, Maya Das sind Interjektionen In bocca al lupo Toi 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 Gesprächsformeln Alle Verbindungen, die als ganze Sätze verfestigt sind, wie satzwertige Idiome, bestimmte Routine oder Gesprächsformen oder Sprichwörter gehören hingegen nicht zu den polarimatischen Verbindungen. Genauso wenig, wie gesagt, wie die Kollokationen. Geistiger Vater dieser phraseologischen Kategorie ist, wie erwähnt, Tullio de Mauro, der unter anderem das achtbändige und größte Wörterbuch der zeitgenössischen italienischen Sprache, den sogenannten Gradit, Grande Dictionario dell'Italiano dell'Uso, herausgegeben hat. Im Vorwort zu diesem Wörterbuch lässt sich eine Synthese zu diesem linguistischen Begriff nachlesen. Ebenso im Artikel von Massini in der Treccani Enzyklopädie, der hier zugrunde gelegt wird. Was ist nun von diesem italienischen Sonderweg zu halten? Zunächst einmal ließe er sich durchaus auf andere romanische Sprachen übertragen, was in der spanischen Phrasiologie zum Teil auch praktiziert wird, Locutiones versus Composita, nur eben nicht so konsequent. Zum Zweiten hat de Mauro Phrasemtypen wie den nominalen, adjektivischen, adverbiellen, pronominalen, präpositionalen und konjunktionalen Phrasemen, die in den einzelsprachlichen Phrasiologien begrifflich etwas in der Luft hängen, eine terminologische Heimat gegeben. Und zum Dritten scheinen solche strukturell-semantisch festen Verbindungen im Wortschatz einer Sprache sehr präsent zu sein. De Mauro hat in seinem Wörterbuch den kompletten Wortschatz in Häufigkeitskategorien eingeteilt, sodass er Aussagen über die Frequenz der einzelnen Lexemklassen geben konnte. Von den im Gradit erfassten 360.000 Lemmata und Sublemata, also Stichwörtern und Unterstichwörtern, sind mehr als ein Drittel, nämlich 130.000 polyrheumatische Verbindungen. Eine solche Häufigkeit dürfte auch für andere Kultursprachen anzusetzen sein. De Mauro hat all diese Verbindungen in seinem Wörterbuch übrigens mit einer eigenen Bedeutungsparaphrase versehen, wodurch klar wird, dass sie semantisch entweder nicht vollständig oder überhaupt nicht kompositionell sind, was für uns bedeutet, dass polyrheumatische Verbindungen Einheiten der Phrasiologie sind. Es sind sicher die theoretischen Fragestellungen, die hier in erster Linie zu nennen sind. Allen voran die Grenze zwischen Morphologie und Syntax, die Frage nach Festigkeit und Unveränderlichkeit in syntagmatischer und paradigmatischer Hinsicht, vor allem mit Bezug auf die Kollokationen und die terminologische Bündelung disparater phrasyologischer Typen. Dennoch muss auch Kritik an diesem Ansatz geübt werden. Fast alles, was fest und phrasyologisch im weiteren Sinne ist, wäre demnach polyrheumatisch. Die Unterkategorien haben keine kategoriale Bezeichnungen mehr, nur noch polyrheumatische Nomina, Verben, Adjektive, Adverbien und so weiter. Das ist zwar insofern konsistent, als damit alles Feste, außer den Kollokationen, die zumindest halbfest wären und den satzwertigen Frasemen erfasst werden, aber für eine differenzierte phrasyologische Beschreibung ist dies zu grobkörnig. Schließlich sind auch die Grenzen zwischen polyrheumatischen Verbindungen und Komposita einerseits, sowie Kollokationen andererseits diskutabel. Zum Beispiel, was die Ununterbrechbarkeit, die Kompositionalität oder die Zuordnung zu einer einzigen Begrifflichkeit, Kompositum, oder zu zwei oder mehreren polyrheumatische Verbindungen betrifft. Hierzu informieren Iacobini sowie Livio Davide. Untertitelung des ZDF für funk, 2017